Jetzt, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind hier mit Kenan und Hasuna. Was will die Perle, Jungs? Was will die Perle 2? Die Perle, was ihr will? Heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Hört einfach rein. Beantwortet ihr das, Bruder. Nicht nur wegen heute ist der Tag. Heute ist der Tag von allen. Guck mal, das ging bei Aiken auf, dieses was will die Perle. Ich finde es krass, was entstanden ist. Weißt du, wie ich meine? So denke ich. Ja, nee, wir sind vor Palmen, vor das, dies, das. Wir machen einfach Freestyle ohne Handy, dies und das. Und guck mal, durch das Ganze von Aiken 5. Guck mal, wo wir gelandet sind. Geil. Das ist das krasse, Bruder. Deswegen, gebt euch einfach und lasst uns genießen. Ich wollte euch noch sagen, auf YouTube ist das das erfolgreichste YouTube-Video bei Aiken 5. Das erfolgreichste. Ja, normal. Aber, Bruder, das ist krass. Ja, aber das ist krass. Und jetzt, du klingst den Mio. Nichts. Ihr seid jetzt bei einem Kinofilm dabei. Wisst ihr, was ich meine? Also, dieser Sprung, wie rasant schnell der Gart. Filme. Filme. Aber beantwortet ihr heute, was die Perle will? Ja, das hört sich direkt raus. Aber du sagst direkt, ob du was die Perle will. Direkt wieder. Okay, das ist sehr gut. Aber, ganz wichtig, was müssen die Leute mit diesem Song machen? Spotify, Dauerschweife, nehmt auseinander. Spotify, YouTube, TikTok, alles was es gibt, nehmt alles auseinander. Cousine, Cousinchen, Tante, Vater, Mutter, Opa, 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 alles auseinandernehmen. Dankeschön. Wisst ihr, warum? Wir möchten, dass neue, andere Türen aufgehen. Weil, vielleicht kommt die Video an und sagen, hör mal zu. Ihr seid geil, ihr beide, ihr seid geil. Und wir möchten euch überall haben, dass ihr diesen Song macht, diesen, diesen. Das sind Türen. Es liegt an euch. Es liegt an euch. Zeigt es. Okay? Danke. Und jetzt schlafen wir rein. Wenn euch das Video gefällt, checkt die Jungs ab. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ah, okay. Ah, okay, warte mal. Also, Hasuna ist King Kong und du bist Godzilla. Ah. Und guck mal, achte gleich, genau bei meinen Wörtern, wenn ich fertig bin, was der da macht. Also, nach jeden vier Bars, ne, passiert dann auch irgendwas. Okay. Weil ich das genauso auch gesagt habe. Also, wir spiegeln das quasi. Du hörst das direkt raus. Du siehst das auch. Du musst das aber auch sehen. Ich sag gar nichts. Wer steckt hinter dem Skript? Also, wer hat das Skript gemacht? Okay, darf ich erzählen? Erzähl. Also, wie das aufgebaut ist und wie die das gemacht haben. Darf ich erzählen? Ich bin mit Kenan im Studio. Kenan macht dies, das. Ich mach dies, das. Okay, tamam, ja. Wallah, ist nicht geil. Kein Vibe, kein nix. Dies, das. Ich guck Kenan an. Ich so, ich mach dich jetzt kaputt. Ich so, ich mach dich jetzt kaputt. Komm her. Jetzt nehm ich dich auseinander. Bruder, ich musste das auch sehen. Herauswecken, weil er es nicht checkt. Das Ding ist, wir wollten es ja dissen. Wir wollten es ja dissen. Aber ich wusste nicht, wie man anfängt. Er wusste noch nicht wieder rein, wie der aus sich rauskommt. Das ist die Wahrheit. Er wusste nicht, wie der aus sich rauskommt. Ich kann das nicht. Ich hab ihn gesagt, hör mal zu. Disse mich. Ich hab ihn gesagt, erst mal sofort, ohne zu reden, disse mich. Mach mich kaputt. Erst mal hat er vierer gemacht. Ich will, dass ich gekränkt bin. Weißt du, wie ich meine? Und dann hat er angefangen. Dann hat er angefangen. Wir sind so gut miteinander, dass wir das Einzelne, also wir sind bei mir, bei Danny, bei uns im Studio. Sag doch, guck mal, wie wir waren. Er schreibt, guck mal, das Ding ist, er hat einen Vierer gemacht, der so. Und das Ding ist, er hat diese erste Vierer, die er gemacht hat, weil es halt nix großartiges gegen mich. Dann hat er angefangen, ja. Und dann hab ich halt angefangen. Weil ich sag, disse mich, ich geh. Der meinte, disse mich. Und das Ding ist so unangenehm. Der Musikus rausgeht. Ich so, ich so, ich geh raus, damit er mich wohlfühlt. Genau, nach jedem Vierer, wo ich mich war, ist der rausgegangen. Weißt du, damit er sich wohlfühlt. Ich so, mach mich kaputt. Wenn ich wiederkomme, dann will ich hören, dass du mich kaputt gemacht hast. Weißt du, ich glaub, bei Icon wäre euch das einfacher gefallen, weil das ist die Challenge von uns. Genau. Am Ende, ihr könnt sauer auf uns sein, aber ihr seid unter Freunden. Ja, genau, genau. Aber meine Frage dahinter ist so, ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass diese Kooperation stattfindet, diese Zusammenarbeit. Und ihr spielt ja jetzt gerade diese Charaktere im Film wieder. Habt ihr ein Skript bekommen? Doch, wir haben gesagt, der eine muss King Kong spielen. Aber habt ihr das vorgeschrieben oder habt ihr einfach gehört? Nein, nein, die haben gesagt, da ist King Kong und Godzilla, ne? Und da muss ein Diss stattfindet, also da muss ein Bett stattfindet und danach wieder Liebe. Warte, okay. So, aber das muss ich dir erstmal rausgezähnen. Das ist wichtig. Das Ding ist, wir haben ja, was für die Perle haben wir direkt gemacht, Skizzen, babababum, alles geht noch plant. Da war ein Lied besucht. Aber die haben halt davor gesagt, ihr sollst mal dissen und dann müsst ihr vertragen. Okay, und das spielt ihr jetzt? Genau, genau. Wir dissen unser Vertrag. Also wir hassen uns gerade, wir kämpfen gerade, wir sind im Boxkampf. Jetzt gerade. Okay, Lass mal reinhören, let's go. Okay, 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 bevor wir starten, Jungs, was ist das für ein Gefühl von euch, den Soundtrack zu so einem Film zu machen? Godzilla X King Kong. Krank, krank. Next Level, Bruder. Ich kann ein Zeugnis realisieren, Bruder. Big Moves, Bruder. Ich kann schon wirklich stolz auf euch sein, ne? Wir haben genau das abgeliefert, genau das, was die von uns haben wollten, haben wir gegeben. Das musst du doch erstmal als Künstler auch schaffen, dass es genau dieser Vibe ist. Und während ich mit denen, genau da, wo wir standen, ich guck dir am Ende an, ich so, Bruder, ich hatte voller Icon-Vibes. Ja, ich auch, wallah, wallah. Ich so, zu dem Bruder, ich war gerade in Icon wieder. Bei was will die Perle? Ich höre es dir. Was musst du das für ein Gefühl, erstmal für dich sein, so? Du bist rausgeflogen, du kommst wieder. Hast ja bei Icon Geistes kranke Zahlen gemacht, ich glaube, der zweite erfolgreichste von den Zahlen her. Und dann so eine Zusammenarbeit. Bei dir, du bist das allererste Mal da. Du bist mit Menschen, die du noch nie in dein Leben getroffen hast, weißt du? Ja. Und dann auch so eine Zusammenarbeit. Wie, was fließt das denn euch aus, so? Bruder, ich sag's, guck mal, bis heute... Ja, hättest du dir was jemals denken können, so, dass es so schnell zu sowas kommt? Nein, nein, nein. Wallah, nein. Weißt du, es ist ja viel mehr möglich. Der Singles ist wichtig, nach diesem Song umso mehr zu machen. Richtig. Viel mehr Gas geben, weißt du? Guck mal, das Ding ist... Ich kann auch genauso schnell wieder runtergehen. Genau, ja, sowieso. Das Ding ist, ich realisiert bis heute nicht, dass was bei mir abgeht. Und dann noch Film, also uns wurde Kino gesagt und keiner, und bei mir war das so, Wallah, meinen die, das ist gerade, ja? Ja, Mann, man muss das erst mal verarbeiten, so dies, das. Und Bruder, nachdem wir dieses Video gedreht haben, ich gehe zu dir, der geht zu mir, ich sage, Wallah, wir sind bald im Kino einfach. Das ist das. Das ist der FM Kino, ja. Roastblauer Haken. Wallah, ey, Instagram, ja? Instagram, ne? Komm, let's go. Schick mal, schick von alleine. Wir sind nicht die Leute, die hier kaufen. Denkst du dich kaufen? Aber echt. Let's go. Bei Allah, da kam so fertig Spuck raus. Locker, easy, Tag und Nacht, bin busy. Lade, ich affe Nacht, ohne Montanach, rausch, Geld in Sin City. Totito, kamasch auf nachkost, bin ich fertig, bist du sprachlos. Die Nase knackt, wenn du nachkommst, hinterlass, keine Spuren, Astatot. Sag, woher ist deine Ware? Sag mir, wer kennt dich auf der Straße. Bleibe Superstar, kurz an in der Fresse, du ein Lachen, du kriegst nur die Reste. Ich hab dich durchschauen, du kleinwütziger Clown. Bin ich mit dir fertig, dann wird sich keiner. Warte mal, warte mal, warte mal. Das sind Sachen, die du zu ihm sagst? Ja. Aber ich bin doch größer als Kerr. Er sagt, du, ich nimm mal die Reste und so sagt er zu dir. Ja, guck mal jetzt. Er sagt, kleinwütziger Clown zu dir. Schwer, Bruder, schwer. Schwer. Wallah, krass. Geil. Jetzt ist schwer. Wallah, geil. Jetzt ist schwer. In der Fresse, du ein Yookama. Du kriegst nur die Reste. Ich hab dich durchschauen. Du kleinwütziger Clown. Bin ich mit dir fertig, dann wird sich keiner mehr trauen. Pop, 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 pop. Du bist mein Glück, wenn du nassst. Ich war mein Song, ich bin jetzt Marathon, ah, ah, ah. Schien. La vida longa, ah, ah, ah. Ich bleibe original. Den paar kenne ich schon von TikTok. Kack, man. Ey, du hast doch gerade gemeckert wegen dem Video. Das Video ist doch super. Was meinst du? Das Geist ist doch cool geworden. Der meint die Arbeit von ihm. Er meint nicht das Video. Er meint die Arbeit, die vorangehend... Aber das M-Produktiv, wie Emlet gerade gesagt hat, ist das super geworden. Er redet von der Arbeit allgemein, als wir am Arbeiten waren im Video. Aber sonst, Bruder, so wie das gerade aussieht... Warte, aber jetzt kommt der Switch. Jetzt verträgt ihr euch quasi. Genau. Jetzt so einfach. Mach ein bisschen zurück, damit wir den Wein kommen. Okay, Bruder, geil. Let's go. Was spielt die Perle? Jetzt spielt die Perle. Wenn du nass dich von meinem Sonnstisch berät, Maradona, ah, 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 ah. La vida, locker, ah, ah, ah. Ich bleibe original. Aber genau, was will die Perle? Geil! Was will die Perle? Was will die Perle? Ja, die Perle, sie will geil, sie will laden. Komm kurz vorbei, für ein paar Tage. Ich soll nur bald nicht mit kalten. Boah, das kommt ja richtig geil bei dir. Richtig geil. Ja. Bei dir kennt man das sowieso. Aber bei mir ist es anders. Bei dir ist es die Überraschung, Bruder. Das ist cool. Guck mal, Jungs, wir machen so, damit die Community auch was bekommt. Du kriegst 15 Tickets und du kriegst 15 Tickets fürs Kino. Und ihr verlost 15 Tickets jeweils an die Leute, die die besten TikToks machen zu diesem Song. Wow, cool, korrekt. Was sagt ihr? Geil. Geil. Also, damit ihr es versteht, die Jungs werden 30 Tickets verlosen an die Leute, die die besten TikToks mit diesem Sound machen. Also, gib Gas. Gib Gas und zeigt uns. TikTok. Wann kommt der Film raus? Äh, 4. April. Okay. Ihr habt Zeit bis zum 4. April. Genau. Fertig. Okay. Geiler Biest. Oh, Bruder, das ist geil. Oder ja? Komm, hörn um mein Zimmer. Aber dann wird wieder auf den Finger. Wie auf Mabella, wie auf Mabella, mein Blut kocht, dein Herz bocht, du pumpst schneller, Papa, hat mich verliebt in deinem Blick. Egal was du machst, wie leidig dich dich. Guck mal, du neidigst. Was will die Perle jetzt? Die Nacht im Marrakesch. Baby ist verletzbar, du ist jetzt prominent. Locker. Bruder. Ey, Bro. Macht mal unabhängig davon einen Song zusammen auf diesen Stil. Ich mach das grad ernst. Wer weiß. Das fängt alles an, alles an. Bruder, wenn die uns zeigen, dass sie uns freuen. Genau, alle Leuten. Ne? Collabo-Album, ob es sass ist, ob es Single ist, Bruder, die müssen das uns doch zeigen. Ja, genau. Dann sehen das doch auch, dann sieht das auch QSK, sein Team, mein weiteres Team. Und dann sprechen wir wieder miteinander und dann kommt das zustande. Bruder, ich sag ehrlich so, dieser Stil gegen Ende mit euch beiden zusammen, das harmoniert krass. Aber für den Sommer, glaub ich, könnt ihr was geiles machen wollen. Ja, safe. Also überlegt euch das. Ja, safe. Chemie stimmt? Ja, ja. Liebe ist da. Egal was du machst, wie leidig dich, dich. Was will die Perle jetzt? Die Nacht im Marrakesch. Baby ist verletzbar, du ist jetzt prominent. Locker. Locker. Sie will Coca. Ihre Hautfarbe Mocker. Rapp, pop, pop, ne Gitarra. Fortes ist Schumann, Gitarra. Ich bin top für dich, so wie Aradin. Shake, shake, shake auf Latina-Stil. Blick und Tag. Die ganze Nacht. Haben jedes Mal gelacht, aber niemals dran gedacht, dass es so passiert. Geil. Hey. Hey. Habibi. Sehr geil, Jungs. Geil. Geil. Hey. Habibi. Geil. 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 Habibi, Habibi. Dankeschön. Diesmal schon, diesmal schon. Erstmal, du. Geiles Projekt. Ich hab dir echt geil gemacht. Stark. Gehen wir nochmal an, bitte. Jetzt hab ich auch schon angenommen. Ey, Jungs. Das ist mein Hand, Bruder. Ihr könnt sehr, sehr stolz auf euch sein. Ich hab wirklich lange nicht so eine geile Kooperation gesehen. Ne? Und vor allem im Zusammenhang mit deinem Kinofilm. Krank. Allah, seid stolz auf euch. Krass. Gott sei Dank. Geil gemacht, Bruder. Geil gemacht, Bruder. Ihr habt einfach den Soundtrack zu so einem Film gemacht. Ich kann's aber bis heute nicht realisieren. Also jetzt auch gerade nicht, Bruder. Wallah, jetzt auch nicht. Weil wir drinnen sind. Wir sind im Film drinnen. Wallah. Erst später. Wenn man's glaube ich realisieren werde, so nach einer Woche. Ja, ja. Wenn's inshallah wirklich abgeht, dann seh ich okay, ey. Ja, sobald der Film auch anfängt zu laufen und so. Mit allem. Genau. Richtig. Und Bro, ich bin auch generell stolz auch auf die Jungs, aber auch auf das, was das Icon Team so geschafft hat. Weißt du, dieses Jahr nicht nur so zwei potenziell gute Künstler rauszubringen, sondern auch Künstler mit Icon zu so einem Projekt zu fördern. Weißt du, das ist geil. Icon ist Macht. Leute, Wallah, jeder der rappt, der sind, kommt Icon. Ich schwöre über Gott. Ich schwöre über Gott. Dann werdet ihr chillen, was ich meine. Guck mal, jeder der bei Icon war, guck mal, jeder der bei Icon war und der Volker schritt. Ich sag euch, ich ne, ich dachte, ich komm mit 30k raus. Also, ich hab mir so 30k raus. Aber was hab ich denn gesagt? Ich hab mir so nur 30k plus. Aber was hab ich denn einfach gesagt? Und der meint direkt von mir 80,000. Ich sag, oha, wir sind schon fast bei 150,000. Deswegen, ich höre bei Gott an jeden Einzelnen, der wirklich Musik im Blut hat und wirklich wie die Musik klebt. Geht Icon. Geht Icon zerreißen. Mach das Beste, hol das Beste, hol deine Beste Version aus dir raus. Das ist die fresheste, krasseste Format. Und guck mal, damals, Bruder, war es viel schwieriger. Ja, definitiv. Ich musste damals Handyvideos machen, damit ich irgendwie hochkomme. Bruder, heute gehst du aber es nicht. Genau. Du schickst eine Bewerbung. Wenn du krass bist, Top 100, du bist da. Du wirst da, Bruder. Bruder, du weißt das doch gar nicht. Die Top 100 dieses Jahr startet mit einem Kopfgeld von 10.000 Euro. Dieses Jahr geht es um eine Million. Dieses Jahr geht es um eine Million. 10.000 Euro. Dieses Jahr geht es um eine Million. Was laberst du? Ich bin eine Million. Bruder, ab Top 100 fängst du mit 10k an. Ich sag doch, komm zu Icon 6, Jungs. Vertraut mir. Ich krieg immer Nachrichten. Komm, Icon 6, Icon 6. Es wird krank. Es wird krank, glaub mir. Wala, haben wir letztes Fall angekündigt. Soll ich Icon 6? Soll ich Icon 6? Wala, meinst du der erste eine Million? Der Gewinner an Top 1? Bruder, guck doch das Video. Hat Colin angekündigt, Bro. Es ist schon öffentlich. Das weiß auch der Chat. Guck mal, ich sag dir das, ne? Bruder, wir reden über eine Million. Ich weiß. Eins mit 6,9. Nicht 1.000. Auch keine 10.000. Auch keine 100.000. Sondern eine Million. Bruder, ab Top 100 startet jeder schon mit 10k. Ab der Villa hat jeder nur 1k, also 17k. Jetzt spielen wir eine Million. Krass, also ich... Bruder, ich glaube... Kann man nochmal drüber nachdenken. Eine Million? Eine Million? Eber, was wird hier geredet? Ach, der hat jetzt erst gechanpt. Aber warte mal. Bruder. Walla eine Million? Bruder. Sag Walla. Walla, Bruder, guck doch das Video. Oh mein Gott. Soll ich den Battle rauslassen? Guck doch das Video, Bruder. Hä? Ich dachte, du hast darauf reagiert. Gib mal ein bisschen. Gib mal. Soll mir einer sagen, Colin hat kein Geld, Mann? Soll mir einer sagen, dass Colin nicht mehr lebt? Deswegen hat er doch kein Geld, weil er alles in ein Icon investiert. Bruder, eine Million. Eine Million, hä? Bruder. Eine Million! Hä? Eine Million? Seid ihr euch sicher, dass ich die Bälle rauslassen soll? Seid ihr euch sicher, dass ich die Bälle rauslassen soll? Eine Million! Eine Million! Eine Million! Guck mal, das Ding ist, ich hab... Hör mal zu, ich kenn Leute, die knallen. Nein, nein, nein. Guck mal, das Ding ist, haben sie gleich, ich hab meine Reichweite. Bruder, aber wenn ich diese eine Million höre, Bruder. Dann... Ich vergiss diese Reichweite, Bruder, komm einfach Icon 6. Guck mal, weißt du was wir machen? Ey, meinst du aber, die Leute haben Bock, dass ich Icon schenke? Guck mal, guck mal, ich hab genau was Perfektes dafür. Ey, was mach ich nur hier? Guck mal, wir werden erst das Video hier. Und wenn die Leute wollen, dann sollen die es in die Kommentare schreiben. Ja. Eure Schlusswörter mit Icon 6 und für den Song und die Kommentare entscheiden. Okay. Doch, doch, lass sie einfach machen. Weißt du, wann ich Icon hier längst komme? Wenn wir 20.000 Kommentare haben. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Ein Mann ein Wort? Ah, ich mach doch Hand drauf. 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 Ein Mann ein Wort. Bruder, sogar wenn ich will. Ein Mann ein Wort oder nicht? Ich weiß nicht, Bruder. Wala, die sind schlimm, Bruder. Aber Kenneth, du kannst nicht den leeren Worten hier sitzen. Ey, meine Hand ist leer. Bruder, nein. Bruder, die kriegen das hin, glaub ich. Ich kann auch noch mehr Kommentare. Wenn das Gold gibt. Oh, Bruder. Was ich nur will, dass denn ein Monat, also auf Spotify. Bruder, was für ein Monat? Bewerbungsfrist endet in zwei Tagen. Dann hau raus, Junge. Hab doch mal 6. Bruder, sag gerne, Bruder. Was machen die mit mir, Bruder? Bruder, du hast nur gesagt, was ich kann. Bruder, du hast nur gesagt. Ey, guck mal. Friends, wenn es euch hier gefallen hat, lasst alle ein Like da. Lasst alle ein Abo da. Und wenn ihr wollt, dass Hasuna und Canon zu Icon 6 kommen sollen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Geht auf Instagram, geht bei den Jungs in die DMs und zwingt die. Lasst die nicht mehr in Ruhe schlafen. Macht denen ein schlechtes Gewissen, dass die Albträume haben. Ein Mio. Von Colin. So. Bruder, halt dein Maul. Eine Million. Schock meine Mutter. Bruder, gib mir diese eine Million. Eine Million. Eine Million. Ich könnte nie wieder arbeiten. Passt doch mal schauen. Hört jeden Tag so aus. Ich liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.